Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich eine Fischertechnik Alarmanlage gebaut. Ja, die habe ich mit meiner Tür verbunden. Und wenn man die mal aufmacht, dann geht ein Alarm los. Ja, dann muss man diesen Stick hier wieder da vorne reinstecken. Und wenn man das vergisst und die davor deaktiviert, dann geht der Alarm nochmal an.